Ich kenne Andreas Guhl als verbindende, integrierende Persönlichkeit. Er sieht verschiedene Blickwinkel und steht ein für eine nachhaltige Lösung. Da passt man. Ich kenne Andreas Guhl, weil er im gleichen Dorf wohnt wie ich. Er ist seit acht Jahren im Kantonsrat. Er setzt sich dort lösungsorientiert ein. Er kennt seine Dossiers gut und das ist mir wichtig. Als Mitglied des Kantonsrats habe ich Andreas Guhl als Fraktionspräsident kennengelernt. Seine Dossiersicherheit hat mir imponiert.